Ich hab mal so ein Kriegerlebnis und mein Damm war so... Lachst du oder weinst du? Nein, ich wollte unauffällig lachen. Ich wollte unauffällig lachen. Ich glaub, denen erfolgt nicht. Ich wollte unauffällig lachen. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn da? Ich bin aber zum Beispiel bei den Schweizer-Fabys entschieden. Ich glaub, in den Schweizer-Fabys war ich schön. Das war von der fangenen Stunde. Geh mir den Wein mit, bitte. Das ist nicht mal ein Gag, das hab ich heute gefunden. Das wusste ich von dieser Order. Das war das Beste. Eine Ewigkeit später. ... ... ... ... ... ... Wollte ich mich nicht nutzen? Wollte ich mich nicht nutzen?